Moin! Moin Moin! Was ist schon gesabbelt? Was ist gesabbelt? Moin Moin! Gesabbelt am Morgen! Moin heißt nicht morgen! Morgen ist es soweit! Nein, nächste Woche! Was ist nächste Woche? Nächste Woche geht's los! Los ist ein anderes Wort für Lotterie! Ich kannte meine Lotte, die konnte nie! Was konnte Lotte dann? Lotte los, der lose, das große los! Los geht's am 16. August! Am 16. August kommt Bulli! Der VW-Bus! Und der Bus Nummer 40 nach Travemmüttel! Mit dem Bus kommt Bulli! Nein, der kommt mit dem Rigg! Richard sind komische Fahrräder! Ich bin mal mit der Richard zum Kino gefahren! Das war bestimmt ein ganz großes Kino! Hier ist auch bald ein großes Kino! Was, die bauen hier am Strand? Ja, und am Ostseemel auf Sand! Die haben auf Sand gebraucht? Nein, auf gute Filme! Gute Filme laufen hier zwölf Tage lang! Und so lange laufen wir hierher! Also ich fahr mit dem Bus! Der Bus Nummer 40! Ich bin doch keine 40! 40 ist das neue 20! Vor 20 Jahren gab's die erste Bulli-Parade! Wenn 20 sich streiten, freuen sich 30, sagt ein lettisches Sprichwort! Lettische Wörter können sprechen! Entsprechend meiner Information sogar Lachen! Ich traf meinen lachenden Letten! Lachende Letten leben länger als launische Lama! Mit netten Letten lachen klingt lässig! Lässig startet die Premiere mit Bulli und Rick am 16. August! Sabbel nicht! Ja, Leute! Ab nächstem Mittwoch, den 16. geht's hier los! Direkt am Strand in Travemünde beim Maritim! Da ist jeden Tag Open-Air-Kino unter dem Ostseehimmel! Und ja, zur Eröffnung kommen Bulli und Rick als Stargäste und stellen ihren Film vor! Bulli-Parade der Film! Wie geil ist das denn? Und wir verlosen exklusiv zwei Plätze in unserem Piste-Strandkorb! Für alle, die das hier kommentieren, hier unten! Und ja, das hier! Das hier? Da! Das hier! 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 Da mitmachen! Ja, und wer Glück hat, der trifft Bulli und Rick vielleicht persönlich! Wo muss man nochmal kommentieren? Hier, ne? Hier, genau! Da? Alles klar, ich geh jetzt barren! Ja!